hallöchen und herzlich willkommen bei einer weiteren folge dashes unterwegs so ganz kurz zur info heute abend nicht vergessen liebe leute absolut nicht vergessen schaut bei unseren lieben rheinland agrar vorbei wir sind heute abend wieder live mit unserem hofprojekt ganz ganz wichtig link ist natürlich in der video beschreibung unten und schaut bei den anderen partnerkanälen vorbei adk alex gaming gaming boy die die der old gamer jeder macht eine richtig geile sache aber schaut heute abend auf jeden fall bei unserem rheinland agrar vorbei so aber wir sind ja hier nicht um jetzt um alles 19 zu sprechen sondern ich habe mal wieder einen matt und die möchte ich euch zeigen natürlich auch schon eine fracht angenommen aber wir gucken uns immer an viele erkennen schon ist auf jeden fall mercedes ja laut stern erkennt man als vom klacken es ist ein mp2 und er hört sich sehr elegant an aber naja gut okay wir haben eine fracht und die muss jetzt weggebracht werden die noch geträumt muss man ob das mit arbeiten naja gut okay autobahn ist leer super sache naja dann starten wir haben noch 452 kilometer es geht von rostock gute frage wohin es ist ein sehr schönes fahrzeug so ein bin ich auch jahrelang gefahren bloß in weil ich die grauen windabweisern werdet dann nachher am hellen sehen hoffentlich wird es heller irgendwann aktuell jetzt nicht ist dunkel ist klar mit nachts in der nacht ist mit dunkel zu rechnen ja bist du bescheid kleiner tipp an rande wir fahren denn mal sich mal gut was ist mit der jetzt los hat sie noch nie gesagt achten sie auf die geschwindigkeits begrenzen achten sie also die ist mir ein bisschen offen zeiger vielleicht draußen mit seltenste klappe ich habe lange nach diesem mit oder noch so ein matt gesucht und haben jetzt endlich gefunden es ist echt mega außer die innenbeleuchtung die hatte ich zwar an oder gekauft glauben aber irgendwie ist dunkel oder ich muss hier um eine taste belegen noch aber da gucken wir nachher jetzt sind wir erst mal aktuell unterwegs mit steuern sieht man nicht dunkel ist klar so aber schön es fängt an zu regnen schreiben wir schauen auch hin super sachen so wie gesagt schaut heute abend bei unserem rheinland agrar vorbei wird extrem lustig mit unserem hof projekt ich bin natürlich auch mit am stadt ganz logisch und ja wird wieder lustig mal gucken wir noch mit am stadt ist man ist mir offen sagt du fährst gleich zu hause du fährst gleich nach hause hier hätten wir runter gehen muss kommen wir noch runter naja kommen noch runter oder auch nicht würde ich ja aber hier ist für die schmerz ja brechner mal neu wir fahren weiter gut dann nehmen wir einen kleinen umweg in kauf ich würde sagen wird ein größerer umweg naja wir gucken gleich davon ist die abfahrt ja weiß wenn da da Bitte rechts halten. Wacht doch! Kriegen wir doch hin! Wacht doch! Dieser Sound ist einfach mal nur mega. So, das funktioniert aktuell nicht. Hm, so ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir gucken hier mal auf die Karte und ja, irgendwie, ja, verschickt mich hier in der unteren Kreis, das wird so nix. Wenn wir hier runterfahren über der A4 oder hier irgendwie über der A10. Och, Menno, das ist doch alles verdammt. Ja, ihr Lieben, aber ihr seht es, ich habe mal wieder mit Problemen zu kämpfen auf Deutschlands Straßen. Und ich würde sagen, ihr legt euch jetzt erstmal hin, genießt den Tag noch. Wir hören uns heute Abend im Livestream beim Rheinland Agrar. Und ja, ich fahre hier mal noch ein bisschen durch die Nacht und hoffe, dass ich pünktlich zum Livestream da bin. Haut rein, ihr Lieben. Haut rein, ihr Lieben. GEREN 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 GEREN